Für mich ist Stade die gelungene Mischung aus Stadt, Land und Fluss für Touristen und Einheimische gleichermaßen. Meine Heimat, wo andere Urlaub machen. Eine kleine charmante Stadt, die alles hat. Mittagsbranche mit meinen Kollegen und frischen Sachen vom Wochenmarkt. Der Treffpunkt für Einheimische und Touristen, für Jogo Night, für Leute aus dem In- und Ausland und für alle, die uns besuchen wollen. Mein maritimer Ankerplatz und Heimathafen. Eine kühle Erfrischung, wann immer man sie braucht. Sehnsuchtsort und Anlegerhafen zugleich. Ein Ort mit traditionellen Veranstaltungen wie das Shanty-Core-Festival. Und offen für moderne Veranstaltungen wie das Musik-Festival MAMF. Unser Stade Magazin zeigt euch die vielen facettenreiche Zeiten unserer Amse-Stadt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.